und heute der dritte teil von unserer stadt hier wir werden heute einfach mal wieder ein bisschen weiter bauen ich habe nämlich herausgefunden bei dem raster dass das hier so ungefähr unsere map ist und da hier dieser fette tower steht würde ich sagen dass wir den hier nochmal haben wir so drei hauptower das wird main city hier werde ich dann noch so kleinere sachen rumbauen also wir machen jetzt erst mal das hier weiter und zwar bei diesen zwei lokalen das würde ich jetzt erst mal noch einmal machen viel spaß so Das war der erste, der ist jetzt hier mal fertig gebaut, das hat gefühlt 5.000 Jahre gedauert. So und dasselbe nochmal hier an dem Punkt, ich kann es ja mal kurz zeigen. Hier geht es auch noch aus und dann hier ist dann halt Schluss. So also die Map ist doch nicht so groß ist die. Ah so ist in Ordnung. So dann würde ich hier noch ein bisschen die City erweitern. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich hab das jetzt hier einmal bisschen erweitert. Mit so ein paar kleinen süßen Häusern. Hier, da hab ich mir auch mal bisschen was überlegt. Hier, das sieht eigentlich auch voll geil aus. So, mit so einem fetten Eingang. Dann durch. Es ist schon geil. Wie dann so da fett. Imagine, du wohnst hier, Digga. Hier. Hier. Ja. Und dann klotzt du auf einmal auf diesem fetten Tower. Junge, Alter. Was muss man sich da bitte denken? So. Ich hab hier einmal noch ein paar Häuser reingesetzt. Alles sieht schon sehr cool aus eigentlich. So, in den nächsten Videos werden wir hier, werde ich hier noch was geiles umbauen. Hier kommt dann noch was cooles hin. Und dann werde ich hier noch sowas. Also ich werde eigentlich überall noch ein bisschen drüber herum bauen. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.